Norddeutscher Rundfunk 2021 Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo Freunde! Ich wär dann so weit. Ich gewinn schon wieder. Hans-Peter, willst du ein Pferd? Was? Ob du ein Pferd willst? Ja! Wenn du weißt, was du willst, dann mach es einfach. Kümmer dich nicht darum, was die Leute sagen. Jetzt schauen Sie sich das mal an. Hier kommt sie, die schwebende Jungfrau aus Wuppertal. Du musst dich behandeln lassen. Ist aber auch still hier dran, wird man ja sowas von trübsinnig. Sieh mir das nicht länger an. Der Junge muss mal an die frische Luft. Es geht ihr nicht gut, Willi. Da kann er aber nichts dafür. Marcin, was ist? Ja! Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Da kommt eine Frau vom Jugendamt. Wenn sie merkt, dass ich kaum laufen kann. Du bleibst einfach immer sitzen. Und wenn sie merkt, dass ich kaum was siehst. Das üben wir auch mal. Guten Tag, Herr Gerkele. Guten Tag, kommen Sie rein. Oh! 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 Ich mag mal was ganz Besonderes werden. Hast du gesehen, wie viel Eierligür die gekippt hat? Wir schneen gern noch ein Eierligürchen. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Wuhuuu! Freunde, beärscht euch doch mal! Was ist denn das hier für eine Unruhe?